so hallo wir machen weiter bei super mario maker 2 verletztes spielen tatsächlich ohne lag bisher aber mit leveln die in der hölle schmoren sollten aber ja ich hab's im letzten part gesagt ich nehme jetzt ein bisschen multiplayer auf einfach damit wir mal wieder ein bisschen multiplayer haben auch wenn es irgendwie mehr frustriert als das spaß macht vielleicht sollte ich multiplayer einfach lassen eigentlich ist dass das eine level unter fünf was dann mal wieder spaß macht nicht wert multiplayer zu spielen wenn ich ganz ehrlich bin aber gut coin heaven sammle alle ja wie sie alle geiern wir brauchen schon den pilz das ist doch so der erste der ist totaler schwachsinn der erste der halt ist die münzen erreicht diese 960 der bekommt doch dann des dings nach was ist nicht deren ernst oh mein gott ist das dumm gebaut es ist ja unglaublich geht halt runter oh mein gott ja toll wie keine einzige münze mehr aber das sind doch hier keine 960 das war noch noch weit bei weitem noch keine 960 hier okay nevermind yes yes wie bitte oh mein gott ich habe ich hier tut mir leid wo ist es da ein dummes leid wo mein gott wie habe ich denn den bekommen wie habe ich denn den bekommen was ein quatsch ich bleibe bei dieser gruppe die mögen mich jetzt ganz besonders wie habe ich denn den bitte bekommen gerade eben es ja unglaublich manchmal weiß ich echt nicht was ich sagen soll multiplayer ist so ein abfallmodus einfach es ist unfassbar wie kann man denn so hart failen als unternehmen god die idee ist grandios dass das geht aber es ist so viel falsch easy von noob ich hole mir einfach noch einen yo schnell hinterher schnell noch holen schnell noch holen schnell noch holen das muss ja gleich da vorne sein komm schon komm schon komm schon komm schon jetzt zumindest weniger punktabzug oh gott was ein dummes level wieder aber immerhin dürfte es jetzt weniger punktabzug sein weil wir das team erreicht haben weg damit wie kann man den mittel geben ja minus vier statt minus 18 ist halt eine hausnummer da können wir drüber reden es ist so traurig einfach nur es ist so unfassbar traurig was hier für level mist eingebaut eingesendet wird und 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 was das passiert wenn es keine qualitätskontrollen gibt genau so ist oh boy oh boy das kriegen wir dass das gut ich kann jetzt das power up holen aber oh nein oh nein oh nein null dankeschön ich bin schon fies ich weiß ja es ist vorbei na es ist doch nicht deine schuld level ist halt einfach dumm für multiplayer brauchen wir nicht drüber reden nein das ist nix mittel das ist nix mittel das ist komplett lost das level so weiter im programm es sind einige raus jetzt ich glaube es sind alle raus oder die kenne ich alle nicht kam jetzt nicht bekannt vor zumindest die namen die underground klassisch gegeneinander das klingt doch gut lassen wir uns überraschen ob es tatsächlich ein gutes gegeneinander level ist bisher sieht alles in ordnung aus ich bin halt dumm da machst du halt nix wenn du halt selber doof bist einfach dann schauen wir mal wie der underground aussieht ok oh nice so aber jetzt muss ich halt gucken dass ich vorkomme ah ja gut offensichtlich ist der blaue gestorben woran auch immer oh da hätte man einen wandspruch hoch machen können ah ist egal ok weg mit euch oh boy oh schicke ich den zurück nein 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 ach verdammt ich bin so oh das gibt's doch nicht den habe ich wieder verschenkt den habe ich halt wieder komplett verschenkt ah es darf nicht wahr sein den habe ich halt wirklich komplett verschenkt einfach nur ah wenn die lila jetzt nicht stirbt dann war es das ja cool oh das wollte ich jetzt nicht aber das kann man die anhalten ok ja ich hätte sie haben können ich wollte es einfach nicht haben das ist jetzt der ärgerlichste tod überhaupt aber das level an sich ist ok jetzt nicht toll aber auch kein buch ach mensch ach mensch ach mensch so kurz wie kann man denn so blöd an der stelle sterben ich hätte einfach nur den panzer mitnehmen müssen von dem anderen raum das wäre eine idee gewesen ah man ich hatte sogar ja noch ne trefferdings also ich hätte ja ich hätte einfach weiter laufen müssen ich wollte ja aus irgendeinem grund wo ich die killen damit die mir nichts mehr tun können und ja ist vorbei brauchen wir nicht drüber reden richtig dummer tod laut hals nimbus ttp und scarloxi alles neue ok koopa feld caves nsm b12 ok klingt eigentlich doch auch nach einem relativ netten level erstmal ich gehe als erstes in die räume so passt jetzt davon nice bisher sind es eher goomba feld caves und keine ok oh no da war eine rote münze sammelt jetzt jemand ah super sammelt jetzt jemand die roten münzen oder wie sieht das aus braucht man die am ende überhaupt nicht oh ich die braucht man am ende nicht kann das ok das ist nur bonus mist hier ne super alle kommen hoch oder war da eine rote münze habe ich nicht gesehen kann sein wenn ich glück habe treffe ich sie da vorbei ah vorbei die nummer lass mich doch da rein ich würde doch zumindest auch noch ins ziel ah mist mist großer mist es ist jetzt ein okes level es ist ein okes level wir verlieren zu viel und gewinnen zu wenig es ist nicht gut wenn man b heißt muss man mehr gewinnen als verlieren das ist nicht gut wir werden noch von b abrutschen wenn das so weiter geht ach was ist das denn für ein name missy und kai und eckige klammer doppelpunkt eckige klammer lmeo primäre nivelle all mm1 v1 j na klar sehe ich auch so ach ich bin jetzt schon bin jetzt schon raus so ich fahr das jetzt geht weg tschüss 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 woi 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 w knicken. Da ist die Röhre. Wir brauchen das Auto. Ohne Auto geht hier nichts. Nein. Oh, ist das mein Ernst? Bleib, bleib. Bleib hier. Mein Auto. So. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist das verkehrt rum. Jetzt ist das verkehrt rum, weil die den wieder gedrückt haben. Ei, ei, ei. So. Ach so, und wenn die den drücken, dann ist das hier auch richtig rum. Aber ich trau mich nicht, wenn die den jetzt nochmal drücken. Ich will erst das Ding aktivieren. Nice. Aber Missy hat das auch schon gehabt. Wait, das heißt, es geht noch weiter. Yo, Brudi. Lass das mal. Oh, no. Hä? What? Ah, ich hab's gerade gesehen. Die ist gerade durchgegangen. Ja, okay. Keine Ahnung, wie's gegangen wär. Für Multiplayer komplett dumm. Dann schreibe ich halt nix mehr. Warum spielte ich Multiplayer überhaupt? Es frustriert nur. Aber zwei waren halt wirklich meine eigene Schuld bisher. Zwei hätte ich haben können. Zwei habe ich einfach komplett verschenkt. Mokko, Wayburs und CF, LD, Mount Icy. Könnte ein gutes Level sein. Mal gucken. Ich bin erstaunt, wie wenig heute am Lecken ist. Kein einziger hat bisher geleckt. Oh. Gut, das sollte man vielleicht tatsächlich auf dem Pfeil einfach hören. Und gerade habe ich über das Lecken geredet. Wow. So. Tschüssi, Kowski. Nein. Oh mein Gott. Was ist das denn? Hängt sie einfach mit dem Kopf fest. Ist hier ein Power-Up drin? Ja, nice. Ja, jetzt hat er das gesehen. Jetzt will er das auch. Na klar. So. Aber ich glaube, ich bin nicht vorne. Es ist noch Luigi vorne oder so, oder? Ist da noch einer unterwegs vor mir? Ich habe Angst. Ich habe Angst, Guys. Ich weiß nicht, was hier kommt. Okay, hat schon... Oh, nein, 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 nein. Hat schon jemand den Checkpoint? Nein. Nice. Okay. Einfach in Ruhe jetzt spielen. Ganz ruhig jetzt. Blöd ist, es gibt die Tür. Alles klar. Das heißt, ihr müsst jetzt nur wieder warten, weil ich den Schlüssel... Es ist so zum Kotzen. Aber ich bin schneller durch die Tür, als die hier oben sind. Das ist okay. Das ist okay. Yes. Endlich mal wieder ein Sieg. Uff. Uff. Aber aufgrund der Schlüsselgeschichte an sich kein schönes Multi-Level. Vom normalen Level her kann man es sagen, ja, passt, aber als Multi ist es nicht gut. Eieiei. Nur plus 49. Warum denn nur plus 49? Das hat noch nicht mal die Niederlagen weggemacht. Mist. Aber ich hab doch... Man kriegt doch sonst irgendwas um die 60 rum. Was hat denn jetzt den Dings geschwächt? Waren es nur drei Leute? Ist einer raus? Habe ich nicht mitbekommen. Ist einer raus zwischendurch? Kann sein. Dass einer aufgegeben hat oder so. Ach, Mann. Okay. Okay, los geht's. Was? Was? Na klar. Ach, leck mich doch komplett an. Wie kann man diesem Scheißdreck den Mittel geben? Was ist denn falsch bei euch? Ah. Ich möchte irgendwas schlagen. Mit Scheißdreck meinte ich natürlich suboptimales Level-Design. Entschuldige mich für die verbale Entgleisung. Swamp-Surfing-USK. Der Level-Name alleine ist schon cool. Aber wenn wir Swamp surfen müssen, haben wir ein Problem im Multiplayer. Mhm. Toll. Ganz ehrlich? Sollen die auf den Swamp drauf? Der nächste kommt. Und die werden sterben. Da die jetzt unterwegs sind. Dann kippen wir halt keinen Pilz. So. Tschüss, ne? Oh. Guck mal, da ist schon der erste gestorben. Problem ist jetzt, war ich allein unterwegs. Oh. Oh. Äh. Was? Okay. Gehe ich jetzt echt davon aus, dass der Typ da gewinnt? Ja. Ja, der Mario ist leider, der wird leider kein, keine Fehler machen. Schade. Das war eine Idee. Du Hund! Nix ja nix, der ist ja da vorne unterwegs. Was willst du machen? Ich könne nur hoffen, dass Mario stirbt, das ist alles. Ach mein Gott. Wie lange ist dieses Level? Der stirbt halt einfach nicht, ne? Der wird das Ziel abschliessen. Mist. Aber wir können hier nichts tun. Wir können einfach nichts tun. Und Mario spielt immer noch, oder was? Wie lange ist dieses Level? Wait, was? Ist der jetzt auch noch raus? Das ist halt echt lustig, denn wenn Mario jetzt stirbt, ist die Nummer durch. Ja, was soll ich tun? Multiplayer, yay! Dieser Spaß! Oh mein Gott. Kann Mario da vorne nicht einfach sterben gehen? Oder das Ziel erreichen? Das Level kann doch nicht so lang sein, oder? Ich begreif's nicht. Was tut Mario? Kann man irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich kann den nicht angucken. Ich kann nichts tun. Ich kann komplett nichts machen. Wie kann man diesen Modus so hart verkacken? Dass man den Swap nicht wieder spawnen lässt, wenn er weg ist. Oder, oder, oder. Mal abgesehen davon, dass das Level hier niemals zugelassen werden dürfte für den Multiplayer. Ich kann mal diesen Modus nur so krass versauen. Es ist unglaublich. Was soll ich jetzt tun? Soll ich aufgeben? Was ist das? Warum ist das? Das Level muss ja ewig lang sein, wenn der immer noch nicht abschließt. Das ist ja das nächste, was mich wundert. Oh nein, außer der hat einen Check... Ah, es gab bestimmt einen Checkpoint. Aber dann müsste doch... Dann taucht das Wub auch nicht wieder auf. Ja, danke. Das wurde aber auch Zeit, mein Freund. Kriege ich jetzt weniger Abzug, weil ich als Einziger übrig geblieben bin? Auch wenn ich das Ziel nicht erreicht habe. Top! Nein, kriege ich nicht. Okay, eins noch. Dann ist Schluss. Dann nehme ich lieber morgen noch mal ein bisschen Multi auf, aber ich bin jetzt schon komplett frustriert. Wahnsinn! Vernetzte Frustration, ey. Jetzt spielen wir auch nicht noch ein Level, weil es nicht lädt. Dankeschön. Drei. Dann kriege ich ja nicht mal Punkte, wenn ich das gewinne. Also nicht viele. Wenn ich das gewinne. Flooded Forest. Oh mein Gott. Kein Power-Up. Ja, wozu warte ich eigentlich hier? Da ist mein Power-Up. Ich hoffe, es war... ...wahr wert, darauf zu warten. Ach, cool. Ja, die schließen das Ziel vorher ab. Ich habe ein Problem. Der hat auch ein Power-Up jetzt. Okay. Oh, der eine ist gestorben. Hä? Wenn es gerade geflutet wäre, könnte ich da rein, aber... Müssen wir jetzt auf das Wasser warten? Oh mein Gott. Ist das... Das ist sein Ernst, ey. Wow. Wenn man das gebaut hat, soll sich löschen. Oh, ich wäre nicht jetzt in die Sonne wäre. Alter, wenn ich jetzt in die Sonne wäre. Ich wäre so ausgetickt. Puh. Ja. Aufs Wasser warten, Mario. God, ich muss da nichts zu sagen. Das hat auch noch von diesem Idioten-Distroyer den Tag gegeneinander bekommen. Du hast doch keine Ahnung, wie man ein Gegeneinander-Level baut. Du hast einen Boss eingebaut. Du hast eine Mechanik eingebaut, dass man auf steigendes Wasser warten muss. Junge, du bist sowas von lost. Ey, nee. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wir haben... Ich glaube, wir sind insgesamt... Sind wir jetzt abgestürzt, ne? Aber gut. I don't care. Warum wollte ich überhaupt Multiplayer spielen? Ich weiß es nicht. Machen wir... Komm, wir machen noch irgendein beliebt Level. Ein schnelles... Ein schnelles beliebt Level. Äh... Da. Let's go. Irgendein Erfolgserlebnis noch und dann Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. 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 Was ist jetzt schief gelaufen? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich alles richtig mache, aber anscheinend nicht. Ja, jetzt hat's gepasst. Ja, keine Ahnung, was das war. Gut, Erfolgserlebnis habe ich jetzt auch nicht, weil es einfach ein viel zu einfaches Level ist. Äh... Kriegst du einen toll, aber es war halt nicht... Ja, es war halt... Es war halt das, was es war. Keine Ahnung. Haben wir gespielt. Ich würde jetzt halt auch kein richtiges Level mehr spielen. Ach, guck mal, das könnte doch noch interessant sein. Das könnte doch noch interessant sein. 10% Abschlussrate ist vielleicht nochmal eine kleine Herausforderung und auch dann ein kleines Erfolgserlebnis. Okay, der Spur muss echt gut gesetzt sein. Oh, warte, es ist ein Speedrun mit Dings. Äh, mit Checkpoint. Okay. Was, bitte? Das hat Funktion... Okay, die Geister gerade waren schon sick. Das war schon ganz cool. Ich hatte mich echt sterben sehen, aber es ging durch. Krass. Krass, krass, krass. Ich dachte, wir haben... Haben wir nicht Megalovania gespielt? Hat noch einer das jetzt... Gut, es werden wahrscheinlich mehrere Leute porten. Aber das letzte in Megalovania war ja nicht so cool geportet. Vielleicht ist das ja besser geportet. Ich bin gespannt. Dann würde ich damit abschließen, wenn das jetzt gut ist. Holy shit, ist das gut. Das ist bisher echt gut. Das ist bisher echt gut. Geht's noch weiter oder mehr? Nee, es wird wahrscheinlich aufhören. Schade. Aber es war gut. Das war tatsächlich ganz gut gemacht. Okay. Schluss hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Und... Ich weiß echt nicht, warum ich Multiplayer spiele. Es ist frustriert. Ah, ich wiederhole mich. Macht aber nix. Es ist... Es ist einfach unglaublich. Alter, was ist denn hier alles los? Okay, das spielen wir noch. Das sieht cool aus. Der hat die krasse Musik eingebaut. Kommt da nicht rein. Mann. Ach, die kann ich gar nicht. Die können mich gar nicht töten. Okay. Äh... Ich hab ein Problem. Nein, ich hab kein Problem. Okay. Klingt ein bisschen so, wie wenn ein dreijähriger Keyboard spielt. Aber... Ist halt auch nicht so einfach zu komponieren, das Zeug. Und die... Ne, man muss ja auch erstmal drauf kommen, wie man das alles einstellt. Ich will nicht so gemeint sein. Hä, wie komm ich denn... Hä? Ach so. Ich bin dumm. Aber es ist schön designt, das muss man sagen. Ich verstehe das vollkommen. Null. Okay. Diese ganzen 20-Second-Dinger. Ich weiß... P-T-O-H... Okay. So. M-Mascha. M-Mascha. One Checkpoint Re-Upload. M-Mascha. Gucken wir uns M-Mascha noch an, dann hören wir auf. M-Mascha. M-Mascha. Wollt der mancher schreiben oder was? Was ist sein Problem? M-Mascha. 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 der fällt ja alles da fällt ja alles sofort runter kann von da nicht abspielen soll ich nicht groß bleiben was will der denn von mir ich kann nicht von da ab mich hat hier treffen aber ich check das ne 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 wieso ist das denn hier so was ich check das nicht egal 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 feierberg speedrunner ist also quatsch let's go wir hatten zwar schon mal konnen dings aber das scheint neues zu sein ja let's go das ist mein abschluss ach halt die klappe herrlich da ist mit ja weiter da heißt der halter ist japanische logo meinten teil konnten oder so ähnlich mit der ich weiß wie man das ausspricht es war schön jetzt ist aber schluss gesagt jetzt ist schluss jetzt ist jetzt ist part aus nicht noch ein level starten können jetzt ist gut das war gerade ein perfektes schluss jetzt ist jetzt ist in ordnung jetzt wird kein level mehr jetzt hör auf dadurch zu gucken jetzt ist jetzt ist vorbei okay jetzt ist nicht mehr hier jetzt 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 hast du genug geguckt du drückst jetzt auf und dann beendet du den part okay ach guck mal es geht nach bei 100 gar nicht weiter sehr gut dann ist hier schluss ich kann gar nicht ich war aus neugiere weiter gucken danke fürs zu oder gibt es hier noch eine zweite seite danke fürs zuschauen und tschüss